Wie wunderschön seine... Nein, das ist geschmacklos, wenn ich das weiter... ...formuliere, den Satz. Hui, Feuer, Feuer. Da sehe ich schon einen Alarmknopf, ne? Ach, je. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht auf dem Tisch? Auf dem Tisch, nein. Ich habe Paranoia, dass hier gleich jemand reinkommen wird, wenn ich mich hier weiter umgucke. Egal. Komm, die Truhe muss ich doch bestimmt so öffnen, oder? Das war so klar. Immer noch abgeschlossen. Warum das denn? Andere, Dietrich? Basement Key. Okay. Chicken hat eine Schlüssel für le Basement. Ah, wo gehen wir denn jetzt hin? Du kommst mit, Kleiner. Ob ich mich im Kamin verstecken könnte? Oder? Oh. Es tut mir leid, aber ich habe irgendwie Paranoia. Aber wenigstens habe ich schon 705 von den geforderlichen 1000, die ich sammeln muss. Wozu gibt es diesen Raum? Ich habe keine Ahnung, was ist eigentlich die Karte? Second floor. Amir ist Menschen. Gats, ja, habe ich gemerkt. Nicht, dass du mir das auch versagst. Dass jeder hier seine Türen abschließt. Schrecklich sowas. Okay, da kommt jemand. Hallo, Wache. Moin, Wasserweile. Suddenly, Licht makes bye-bye. Das hat hier super was gebracht. Schon der dritte Wasserweil, den ich verschwendet habe. Oh, hier kann man sich auch verstecken. Hier scheint nichts zu sein. Oh, meine Götter. Nichts. Nichts. Wie lange hat der wohl braucht, um einmal da rumzugehen. Jetzt wird Chickens aber wirklich wissen. Ja? Ah, ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon. Der Schlüssel. Hast du nicht jetzt gesehen? Also, die haben auf jeden Fall Schlüsse um ihre kleinen Hüften hängen. Haben die mich jetzt bemerkt? Die Bösen? Nicht bemerken. Chico mag was gar nicht, wenn ihr sie bemerkt. Ich höre ihn schon. Nichts. War hier schon mal und hat irgendjemand was geklaut? Ach, komm jetzt mal eine kotze Fiecher aus dem Next Level wieder zurück. Oh, der hält Börix in seinem Keller? Was zur Hölle? Manche Leute haben echt eigenartige Hobbys. Wieso hält der Burix in seinem Keller? Warum? Gut, hierum ist auch nichts. Ich habe keine Ahnung, wieso er das tut. Ich meine, wenn sie einem nichts tun, sind sie ja schon, liebe Tierchen. Süße Tierchen. So, dann warten wir mal, bis unsere Lieblingswachen wieder vorbeikommen. Ah, tauschen wir währenddessen dem knisternden Feuer zu. Apropos knisterndes Feuer, Chicken. Wie wäre es mal, wenn du deine Lille Inferno-Folge freischalten würdest? Die hätte eigentlich schon vor 10 Minuten kommen müssen, aber egal. Von uns kommen die Wachen? Ich habe eine Tür auf jeden Fall gehört. Alles klar. Okay, wo bin ich gerade? Da unten. Da unten. Das war gerade bestimmt ziemlich dumm vor mir. Nein, ist er nicht. Was halte ich für ein Gerücht? Garrett ist nicht hier. Nicht Garrett. Nein, unser lieber Garrett doch nicht. Na, wo gehst du hin? Da rein gehst du. Okay. Und er wundert sich überhaupt gar nicht, warum die Türe offen ist. Okay. Also wenn es hier dann runter geht. Ich will mich hier oben noch weiter ein bisschen umgucken. Kommt die Wache zurück? Ich spazier hier einfach mal lang, ne? Und ich spazier hier in Wache zurück? Ja. Ich konnte da schnell vertrenden. Genau. Nichts hallo. Stehen da einfach Leute rum. Jetzt kommt auch noch so ein Typ da angelaufen. Das wird mir ja gar nicht gefallen. Absolut nicht. Ich will doch nur noch Leute niederknüppeln. Weil Rapp hier sonst wieder böse Dinge sagt. Hey Chicken! Du kannst ruhig die ganzen Leute niederschlagen. Dann geht die Mission viel einfacher zu starten. Nicht einfach so durchschleichen. Auch wenn du das Gefühl hast, dass wenn du die Wachen niederschlägst, dass du dir das Spiel eigentlich einfacher machst. Aber das ist doch das... Wozu hast du das alles denn? Ich weiß nicht. Mir kam das so cheatmäßig vor, wenn ich die Leute niederknüpple. Okay, irgendwo kommt jetzt wer. Dank desview- erschrecken. Die would ist es ganz gut. von dieser Seite lan. Meine J